Guten Abend, ihr Lieben. Ich bin gerade ein bisschen neben der Reihe. Ja, Gunnar Kaiser ist verstorben. Mein herzliches Beileid an die Familie, an die Angehörigen, an die guten Freunde. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Es war vielleicht schon absehbar. Man hat jetzt längere Zeit nichts von ihm gehört. Ich werde jetzt eine Kerze auf ihn aufstellen. Ich bitte euch, ein Andenken an wirklich einen tollen Menschen, auch eine Kerze anzuzünden. Ich wünsche euch alles Liebe und danke, Gunnar, für diese vielen, vielen tollen Videos von dir, die ich sehen durfte und die ich immer geliebt habe. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ich wünsche euch, dass ihr Lieben. Tschüss.